Oh, bäh. Das ist ja sowas von Standard. Ja. Also das andere ist eher so voll Deluxe und das andere ist nur Standard, Standard. Hallo Ernest, du und der Expector, ihr habt euch hoffentlich schon eingelebt. Also, das ist die normale Standardkasse? Ja, ja. Oh, willkommen zurück, Miss. Stimmt etwas nicht mit unserer Kabine? Du schaust dich so komisch um. Oh nein, es ist nur... Tja, sie wirkt ein bisschen schlicht im Vergleich zu unserer... ...mehr nicht. Wirklich? Ja, das sind mehr als nur ein paar Sprossenabstieg auf der Luxusleiter, würde ich sagen. Wenn unsere Kabine das Ritz ist, dann ist eure wohl... Jetzt bin ich gespannt, mit was sie es vergleichen. Weil was... Oh, schade. Blöder Kerl. Ich hätte gerne gewusst, was die als schlechtes Restaurant oder Hotel hinstellen. Das Ritz kennst du, oder? Nein. Das ist so... Ich glaube, das ist so ein übelst bekanntes Restaurant oder eben Hotel. Ich bin mir auch nicht sicher, aber es ist halt so was. Ich habe das schon öfter mal gehört, den Namen. Keine Ahnung, ich mag keine neue Restaurants. Aber ich denke, die werden dann doch eher ein Hotel meinen. Also, das Ritz wird eher ein Hotel sein, als... Aber die haben bestimmt auch ein angeschlossenes Restaurant. Ja, ich mag auch rändische Gaming-Footels. Ja, musst du. Das ist eher so DJH. Deutsche Jugendherr, wäre hier fein. Ja. Nein, sag es nicht, Miss. Bitte. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Wir sind beide in der Standardklasse. So anders kann es ja nicht sein. Diese Kabine ist doch ziemlich schick, wenn man mich fragt. Ich sehe das genauso. Ich halte das für eine famose Kabine. Ein Dach, das den Regen abhält. Wände, die vor dem Wind schützen. Und wo man Dartpfeile reinschießen kann. Und eine Tür gegen den Lärm draußen. Wo ist das Problem? Meine Güte, wenn man es so ausdrückt, bin ich ganz schön peinlich berührt darüber, mich von einer Kleinigkeit so aus der Fassung bringen zu lassen. Aha! Und völlig zu Recht, mein guter Junge. Was schert es uns schon, wie das Zimmer aussieht, solange man drin schlafen kann, hm? Da muss man Prioritäten setzen. Was? Kira ist ein schlechter Beifahrer geworden? Aha. Warum? Ja, das will ich jetzt auch wissen. Das ist viel wichtiger als die Rätsel hier. Das ist das Rätsel, was wir heute noch lösen müssen. Warum ist Kira ein schlechter Beifahrer? Ich würde sagen, weil... Man als Beifahrer immer irgendwie, wenn man fahren gelernt hat, mitfahren möchte. Und das deswegen den Fahrstil anderer Leute an seinem eigenen Gefühlstechnisch misst. Aber da man nicht am Steuer sitzt... Könnte ich nicht sagen. Ich bin nur wahrscheinlich in der Hinsicht ein anstrengender Beifahrer, weil ich immer die Musik wechsle. Immer. Ich switche immer zwischen fünf Kanälen am Radio. Oh. Je nachdem, welches Lied mir gerade gefällt. Oh. Wie wär's mit einer CD? Wer es richtig redet, bekommt einen Punkt. Nein. Nein. Okay, äh... Setzen wir mal Prioritäten und spielen weiter. Ja, Inspektor. Ein kluger Ratschlag, Ernest. Du solltest dich wirklich nicht von dieser winzigen und beengenden Kabine der Welt herunterziehen lassen. Wer hätte noch mal... Äh, wer hatte noch mal das Thema angesprochen? Jedenfalls haben Ymirjana und ich uns gefragt, ob ihr mit uns aufs Deck kommen wollt. Natürlich. Ich möchte zu gern sehen, wie es da oben aussieht. Ja, ja. Mal voran. Worauf warten wir dann noch? Ähm, und dann gucken wir mal, ob die wenigstens Hinweismünzen hier haben. Und ein verstecktes Rätsel, weil das ist ja nur die Standardklasse für... Äh, also Hinweismünze in dem Bild, natürlich wieder im linken, äh... Ja, da hab ich auch schon. Und natürlich wieder im oberen, äh, in der oberen Lampe. Ja, mehr gibt's ja auch nicht. Nee, gar nicht. Ein Rätsel! Wo, im Buch? Nein, da reden die nur. In der Schublade. Okay. Boah, schwer zu sehen. Zero bekommt Zero Punkte. Ja. Nee, wieso? Genau Zero war ja bloß bezogen, glaube ich, auf, äh... Ja, ja. Wer es richtig rät, bekommt einen Punkt. Ja, trotzdem. Ja. Na, äh, na, sieh mal einer an! Kat hatte recht, äh, die legen für die Passagiere tatsächlich Rätsel in die Kabinen. Hat sie das gesagt? Ja. Echt? Also, zu denen? Nein. Ja, eben. Der kann Telepartie. Meinst du, dass Cats Rätsel luxuriöser ist als unseres? Nee, leichter. Das stimmt. Also ja, luxuriöser ist ein luxusleichter Rätsel zu kriegen. Ja. Mist, um ein Haar wäre ich in die bessere Kabine gekommen. Man muss da doch keine Vergleiche anstellen, Cheryl. Natürlich, immer. Wie wegzulenken? Ich halte vor ein paar... Oh, ja, ja. Aber wenigstens ist ja niemanden, was passiert aus dieser Rätsel. Ja, genau. Ja, genau. Ja, da hat man Schiss. Ja, ich denke, da ist man dann wirklich... Ja, also... Also ehrlich gesagt, selbst ich hatte noch keinen Unfall mal abgesehen von irgendein paar Auspark-Sachen. Ja. Aber, ja... Na komm, bei mir immer auf den Fahrstil, wo ich Angst kriege. Also ich bin auch bei Leuten, die so einen rabiaten Fahrstil an den Tag legen, da sage ich auch immer, also es muss nicht sein. Ja, eben. Das... Ich war mal richtig fies zu einem Kollegen. Ich bin gefahren, weil er konnte nicht. Ja. Und da bin ich extra langsam gefahren. Da war so eine Kreuzung. Da war eine Seite sowieso, eine Straße abgesperrt und die andere, da wäre nichts entgegengekommen, weil wir wollten da einbiegen. Ich möchte das bitte noch zu Ende erzählen. Ja. Und... Alles gut. Ja, du machst den Eindruck, als ob ich ganz schnell machen soll. Nein, und da war ich richtig gemein und bin an dieser Kreuzung, die ja keine mehr war, durch die Absperrung, stehen geblieben. Naja, und... Hätte mich auch aufgeregt. Ja, weil der Typ... Nee, der Typ hat vorher immer die ganze Zeit gesagt, oh, fahr doch endlich schneller. Oh, den kannst du doch überholen. Nö, 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 nö. Ich habe gesagt, nö, ich fahre in meinem Fahrstil und wenn du nicht willst, kannst du aussteigen. Weil ich will nicht rabiat fahren. Ja. Bin da sehr... Ähm, nee, wir wissen noch nicht, wann der nächste Stream ist. Nee, keine Ahnung. Weihnachten und so. Ja, also da können wir noch nicht so planen. Ja. So. Hier haben wir einen codierten Brief. Offenbar möchte jemand unbedingt etwas übermitteln, was sonst niemand wissen soll. Ähm, versuche den Code zu knacken. Die Antwort ist ein Wort mit vier Buchstaben. Es ist zwar kein deutsches Wort, aber du kennst es sicher. Es ist kein deutsches Wort. Schön, dass die das sagen. Ja. Okay, wollen wir? Ja. Ich habe es übrigens. Ich gebe es schon ein. Ich auch. Oh, aber das würde ich gerade noch so... Das war unentschügt. Bitte. Ja, okay. Ich habe ja extra gesagt, ich habe es und ich gebe es gerade ein. Hätte ich mich da verschrieben, wäre es ja in welcher noch weiter weg gewesen. Mano. Ich habe gedacht, ich bin voll gut. Bist du auch. Ich auch. Du warst ja ein kleines bisschen guter. Äh, guter. Das ist eine gewaltige, wichtige deutsche Sprache. Wieso? Das ist die einzigste, die ich kann. All you need is love. Ach, da hast du jetzt nichts gesagt, oder wie? Das war nämlich gerade Absicht. Ich weiß. Äh, okay. Ja, das war schnell klar. Ich habe dann so... All you need is... Ach so. All you need is love. Ja. Love is all you need. Der Code wurde in Spiegelbuchstaben geschrieben. Ja, das dachte ich mir auch dann. War schnell klar. Ja. Aber ehrlich gesagt, so bei dem einen, da habe ich noch überlegt, ist das ein W oder so? Ich habe überlegt, am Anfang, ob das ein U ist. Ja, das habe ich auch. Und dann habe ich halt in den Notizen geschrieben, U, O, V, E. Und dann war so, okay, ja, los. Ja, los. Ja, ich habe auch erst gedacht, so ein W wird... Also als ich als allererstes drauf geguckt habe und noch keinen Plan hatte, habe ich erst für ein W gehalten, aber dann habe ich auch gedacht, uh, nee. Dann soll... Ja, dann muss es ja ein L sein. Okay. Ende mal. Ende mal. Ja, ich enter mal. Oh, gefrorene Zitronentart. Ja. Hm. Hm. So. Ähm. Oh, für wahr hervorragend, Inspektor. Sie machen Scotland Yard. Alle Ehre. Ho, ho, ho! Hier kommt der Weihnachtsmann. Äh. Kommen Sie, mein guter, solche Rätsel esse ich doch zum Frühstück. Er isst Liebe zum Frühstück? Wenn mir meine kleine Zitrone keine Eier macht. Hä? Seine Frau. Warum Zitrone? Weiß ich auch nicht. Ich wüsste ja eine Erklärung, warum er sie seine kleine Zitrone nennt. Ich würde... Ich wäre voll sauer, wenn du mich Zitrone nennen würdest. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na ja, deswegen meinte ich ja. Ich hatte eine Erklärung. Ja. Dass sie wohl immer sauer ist. Ja ja. Na ja. Oh, schön. Meine Frau ist sauer. Ne, seine Frau ist sauer. Hm. Die von... Vom Inspektor. Ja, ich fand das schön, dass du gesagt hast, ich wäre voll sauer. Hast du es mit Absicht gemacht? Was? Gesagt also, dass du voll sauer bist. Nein! Schade. Vom geschmückten Deck des Schiffs aus hat man einen prächtigen Ausblick. Hm. Prächtig, prächtig. Prächtig, prächtig. Nein, nicht viel verpasst. Wir sind nur jetzt bei Gleichstand. Ja. Willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Der Himmel über uns ist Wolken... Was ist der? Wolkenlos. Ja, nee, ist klar. Ich sehe es ganz genau. Da, da ist eine. Ja, aber man sieht die Sterne, das ist wichtig. Sternenklar kann er dann sagen. Ja, Wolkenlos ist gleich Sternenklar. Oh, gelb rund und sauer. Homer Simpson, wenn er Bart wirkt. Ah. Der Himmel ist mit wenig Wolken verhangen und wir haben eine perfekte Nacht für unsere Kreuzfahrt. Die Mannschaft trifft noch letzte Vorbereitungen vor dem Ablegen. Genießen Sie doch so lange bitte einfach die Atmosphäre. Die Erdatmosphäre. Das muss der Kapitän ins Schiff sein. Ja, ohne Frage. Woher weißt du das, Miss? Vielleicht an der Kapitätsmünze. Oder vielleicht an dem Namensschild, was er hat. Also dem, was da angezeigt wird, immer wenn er spricht. In der Textbox. Oh, ich merke sowas einfach. Schon wieder das Bauchgefühl? Hm. Ich glaube nicht, dass sie da weit daneben liegen, Catriona. Oh, sie denken das auch? Äh, nee, ups. Du warst das. Nein, du warst das. Ich? Sie denken das auch. Ja, aber wer hat denn das gesagt? Das war Ernest. Ach, oh. Oh, sie denken das auch? Ich war mir da nicht sicher. Ich hab mich irgendwie gefühlt, als hätte ich was falsch gemacht. Sein gefasstes Verhalten, sein Uniform, der Umstand, dass er sich an die Passagiere gewandt hat. Ja, ich würde sagen, es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er der Kapitän des Schiffes ist. Wow, die Profilerin hat ja richtig Arbeit geleistet. Da sind wir uns einig, Emelianer. Sie glauben auch, dass er der Kapitän ist? Sie haben doch noch geraten. Ich hingegen habe meine Profilerin-Fähigkeiten eingesetzt, um die Wahrheit durch Logik und sinnvolle Schlussfolgerungen herauszufinden. Ich bin mit ihnen ganz und gar nicht einig. Naja, also, sie haben ja auch das gleiche Zimmer. Oh, ihr beiden, er kommt hier rüber, schaut mal. Willkommen an Bord der Tempstanik. Ich bin der Kapitän dieses Schiffes, Midas Dower. Midas? Midas. Midas Dower. Midas Dower. Midas Dower. Midas Dower. Ne, ich, ich, ich komme nicht drauf, was... Also, Midas sagt mir eher was, wie dieser König, der alles in Gold verwandeln konnte und dann nichts mehr füttern konnte. Na, da hatte ich sogar so ein Disney-Video davon. Da gibt es auch einen Disney-Film über Midas goldene Hand. Ja, eben. Das ist nämlich Aladin. Ach so, ja, das auch. Aber da gab es auch mal so ein anderes Kurzfilmchen, glaube ich. Aber es muss nicht unbedingt von Disney gewesen sein. Es war halt ein Cartoon. Ja. Aber ich glaube, es war sowas. Ich hoffe, Ihnen gefällt unsere Kreuzfahrt. Laut der Wettervorhersage gibt es leichten Wind und keinen Regen. Das Ganze sollte also ein echter Genuss werden. Ich wusste, dass Sie der Kapitän sind. Ja, wir freuen uns wirklich schon sehr darauf, Captain Dower. Vielen Dank. Ah, hier. Oder sie hat einfach die Textbox mit dem Namen gelesen, wie ich gesagt habe. Ja. Ja. Okay. Ja, wir freuen uns wirklich. Ja, das warten wir ja. Ja. Bei meiner Treue, Ihr Schiff ist wirklich äußerst ansehnlich, oder? Es gefällt Ihnen, hm? Ja, für ein Kreuzfahrtschiff mag es klein sein, aber es ist groß genug für alle Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Ja, das ist groß genug für alle Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann.